Was geht Leute, mein Name ist Danny Willkommen zurück bei The Escapists Lasst uns weitermachen, wir sind momentan beim neunten Tag Und ich hab beim letzten Mal so viele Fehler gemacht Ihr könnt, oh, 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 oh Pack, 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 pack das Poster erstmal hier Oh mein Gott, ähm, ja das hab ich nicht gespeichert leider Äh, der nimmt das gar nicht ab Wieso nimmt er das nicht ab? Keine Ahnung Auf jeden Fall beim letzten Part hab ich extrem viele Fehler gemacht Also wenn ich extrem sage, mein ich auch extrem Und ich hab dieses Mal für heute einen richtig guten Plan Und äh, ich weiß, es gibt viele viele Wege um zu entkommen Aber ich würde gerne den Weg durch die Wand nehmen Weil das für mich am besten klingt und am logischen ist irgendwie Und ich mir das am besten vorstellen kann Es gibt noch einen anderen Weg und zwar hat einer in den Kommentaren Ich hab den Kommentar gesehen, ich hab ihn gesehen Äh, und zwar hat er so einen langen Kommentar geschrieben Der war extrem, extrem lang Und dort stand, dass man einen Schlüssel kopieren kann Äh, von einem Wärter Und da kann man nachts, äh, abhauen Und vorher muss man noch seine Puppe ins Bett legen Ich geh übrigens nicht zu Frühstück Guten Appetit! Euch allen, falls ihr das hört Auf jeden Fall, ähm, das erste, was ich brauche Und zwar, ich werde mir einen Tunhändler stellen Dazu brauch ich eine Pfeil und Holz Holz hab ich ja, wie ihr oben sehen könnt, sogar viel Ich brauch erstmal eine Pfeil und deswegen werde ich doch, äh, essen gehen Dann werde ich mir eine Croba holen müssen Eine Croba, verdammte Scheiße Die, die haben mal die Wärter hier Ich komm mir ja Okay, gib erstmal, erstmal Nämlich alle, er hat das Sinn Wenn ich mir eine Pickaxe stelle, brauche ich eigentlich keine Gabeln Hm, okay, ich werde erstmal, ich werde mich jetzt mal hier Äh, ich brauche erstmal essen Ich muss so tun, als würde ich ganz normal essen gehen Obwohl ich, wozu muss ich essen eigentlich Mal sehen, mal sehen, was er hat Hat er, ich brauche Metallblech Das kann man auch für irgendwas Ja, kann man Für Metallblech braucht man für eine Schaufel Okay, das brauche ich allerdings Brauche ich das? Ich habe 64 Dollar nur? Wieso habe ich so wenig? Was zum Teufel Moment mal, was habe ich überhaupt entfernt Armbanduhr von Officer Aaron Oh mein Gott, ein Offizier zu töten wird ultra schwer sein Ich will sehen, mit was die dealen Wer dealten von hier? Er und er dealt Mit was die Ah, du bist aus der Reichweite Das kam ja schon Bleib stehen Greg Äh, Tulpa Schlagstock 61 Dollar Ich denke, ich werde es mir nehmen Ich denke, ich werde es mir nehmen Oh, 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 oh Oh, 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 oh So, ich Ah, nein, nein, nein Greg, bleib stehen Yes, Greg, nice Gib mir das Oh Mann, lass doch irgendwas fallen Holy fuck Okay Ich werde es tun müssen ganz, ganz schnell Gib mir den Schlagstock Den werde ich so schnell verstecken wie möglich Ich bin wirklich genommen Und das ist kein Scherz Ah, das ist eine gute Idee Ich bin mir nicht sicher Wieso zum Teufel wurden die wieder entfernt Das nervt mich Ich packe jetzt mal alles ein Übrigens, die Zeit bleibt stehen Wenn man sowas macht Weck der Rabbit Was tue ich denn? Was wollen die von mir? Ich kriege für jeden Scheiß Ärger Das war doch damals in der Schule immer so Immer bekomme ich Ärger Immer Oh, oh Oh, er sieht nix Das ist besser So, ich werde das nehmen müssen Pack das Nein, das war Was tue ich da? Bin so wütend So, das tue ich Ah, 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 ah Ja, ah, nein Oh, oh mein Gott Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß Jedes Mal Muss ich paniken Pack das weg Nice Das hätten wir schon mal Als nächstes Brauch Ah, pack das doch dahin Oh mein Gott Das dauert immer so lange Als nächstes brauchen wir eine Pfeil Habe ich keine Pfeil? Die hatte ich mal Aber dann muss ich die Spielstadt neu laden Weil ich erwischt wurde Deswegen, ich brauche eine Pfeil Mal sehen, was Zahnbürstenwaffe Beste Waffe ever Ich hab 3 Dollar Wow Kann ich Vielleicht könnte ich ja die Zellen von Leuten untersuchen Mal sehen Entferner Armbadur von Officer Aaron Oh mein Gott Ich wollte letztens Officer Aaron schlagen Aber es hat nicht geklappt Ich wollte euch was sagen Und zwar gibt es eine Waffe Die nennt sich Cup of Molten Oh, ich schlage sie sich Ich warte kurz Cup of Molten Chocolate Also geschmolzene Schokolade Sie tötet die Gegner mit einem Nein Gewecktei Klebeband Feuerzeug und Klebeband Ich nehm beides mit Mittagessen Okay, ich geh nicht zum Mittagessen Ich werde die beiden Sachen erstmal hier wegtun Weil ich die beiden gebrauchen werde Ich will endlich den ersten Knast schaffen Ich will es unbedingt Und dann, wenn der zweite Knast kommt Dann ist es mir egal Ich werd trainieren gehen oder so Oder? Wie viel Intelligenz habe ich? Wo bin ich? Ah hier Intelligenz habe ich eigentlich Ich muss Geschwindigkeit trainieren Schau dich mal meine Geschwindigkeit 1,2 What the fuck Trainieren um dein Leben Lauf, lauf, lauf Die ganze Zeit Saut noch ein bisschen länger Aber ist mir vollkommen egal Das Laufen macht Spaß Könnte ich den ganzen Tag tun Mach ich aber im echten Leben ziemlich ungern Wie Spaß beim Essen? Die essen wahrscheinlich gerade leckeres Frühstück Ich frag mich, ob es im Knast leckere Cornflakes gibt Jeden Morgen brauche ich Cornflakes Ansonsten ist es für mich kein Morgen Ich liebe Cornflakes Ich werde Cornflakes für mehr essen Als ich irgendwie jung war Dachte ich immer Oh nein Später wirst du keine Cornflakes mehr essen können Weil du zu ält bist Aber das ist Schwachsinn Jeder kann Cornflakes essen Wann er will Egal wie alt er will Ist Ich esse auch Cornflakes für Kinder Ich esse zum Beispiel Lion's Series Dann brauche ich noch Filmsi Cutters Und zwar ist das Etwas Damit kann man Zäune Und das Ganze Schneiden Dazu brauche ich Zwei Pfeil Und Ductape Habe ich Ductape gerade geklaut? Ich brauche mehr Ductape Ich habe so wenig davon Stimmt Habe ich Ductape? Ich weiß gar nicht Ob ich Ductape habe Aber ich werde vielleicht auch schauen müssen Was mich extrem anpisst Ich muss so lange warten Ja Oh 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 Sag mir das doch jemand Oh der wurde kaputt geschlagen Jetzt kann ich meine Arbeit nicht machen Weil ich es Vergessen habe Was hat er? Ein Muffin Und ein Keks Lecker nehme ich mir Ich glaube es mir einfach Wo ist mein Job? Okay ich weiß wo mein Job ist Oh ja ich lasse es schon los man Chill dein Leben Oh mein Gott ich schaffe ich meine Arbeit nicht mehr glaube ich Ja ja ist ja gut ich mache es schon Was man kann sogar ein Kissen als Waffel benutzen Wie schwul ist das denn? Wer schlägt sich bitte mit Kissen? Hofgagen Das ist einer meiner Lieblingssachen Ich werde kurz warten bis sie sich kaputt geschlagen haben Damit ich irgendwas leichtes bekomme Übrigens ich habe wieder Geld bekommen Das ist nice Benjamin Ho Hat er beide kaputt geschlagen? Holy shit Ah ich brauche Doch Talcomputer braucht man Hat mir ein Zuschauer in die Kommentare geschrieben Ist sogar legal Das ist nice Talcomputer braucht man Ich glaube um diesen Abdruck dort zu machen Von dem ich gesprochen habe Weil man kann die Schlüssel klauen Aber wer hat diese Schlüssel? Ich verstehe das nicht So wirklich mit den Schlüsseln Wer hat diese Schlüssel? Von wem kann man nicht Schlüssel klauen? Ich weiß dass es von ein paar Offizieren geht Äh mit ein paar Offizieren geht Aber ich weiß nicht wie ich sie kaputt schlagen soll Äh also Instant Knockout Also er stirbt sofort Aber ich glaube man kann so einmal ansetzen Wir brauchen ein Cup Ein Bar auf Chocolate Und ein Leiter Also ein Feuerzeug Ich weiß nicht von wo ich diese Sachen herbekommen soll Ich weiß es wirklich nicht Du Scheid Oh ich bin wieder nackt Ich will ihn mal berühren Ich will ein bisschen Gay Action Oh nein will ich nicht Es ist nicht so wie es aussieht Ich belohne dich wenn du mir das besorgst Ich kann dir was anderes besorgen Seiten ist Taschentuch Klar wieso nicht? Brauche ich nicht Also wieso nicht Äh ich weiß nicht Wer diese Gerüchte über mich im Umlauf gebracht hat Aber Ethan darf die erste Abtreibung kassieren Willst du es machen? Mach ich auch Habe ich gewiss? Oh ich drücke mal das falsche Es ist unglaublich Er hat nur einen Kartenpack Nichts besonderes Okay wenn der Ausrufezeichen dort steht Ich drücke mal ausversehen Ja gewiss Ich will alles machen am besten Alles Alles einzelne Hauptsache ich bekomme Geld Okay Doch Glassplitter Das nehme ich mit Das ist ganz gut eigentlich Oh oh Ist es besser als Meine momentane Waffe Bitte lass mich in Ruhe Ich will nichts mit dir zu tun haben Ich weiß nicht Ob ich auf die Schnauze bekomme Ich würde sagen Ich packe das mal auf Ja ich Ah ich Keine Ahnung Ich weiß es nicht Dieses Game ist so kompliziert Ich brauche bessere Items Verdammt Ich brauche unbedingt eine Pfeil Ich werde bis morgen warten müssen Bis ich die bekomme Oh ich sehe gerade diese Stelle hier Wenn ich den Schlüssel hätte Könnte ich hier reingehen Und dort auch Sachen verstecken Aber Ich denke ich habe momentan genug Platz Sowas brauche ich nicht Ähm Man kann sich auch eine Schaufel erstellen Das werde ich allerdings erst mal nicht tun Und Ein Powered Screwdriver Ich glaube das ist für Ventile Weil ich glaube nichts ist für eine Wand Das ist unlogisch Ah wir brauchen noch so viele Sachen Vor allem eine Pfeil Wo soll ich eine Pfeil bekomme Ich belohne dich Wenn du mir das besorgst Gewiss Habe ich das nicht schon gemacht Ich werde mal bei den anderen nachsehen Bei denen im Zimmer Ob die irgendwas haben Irgendwas Nices Hoffentlich Hoffentlich werde ich nicht gesehen Wie die paar Sachen klaue Klauen macht Spaß Tut sowas nicht Das ist nicht gut Nur ab und zu Nein Spaß Oh ne Klopapier Das sieht immer so aus Wie Klebeband Das ist aber nicht das was ich suche Verdammt Klebeband Ich hab's gefunden Klebeband Nice Das brauche ich Das brauche ich Und jetzt fehlt mir noch eine Pfeil Ich werde das so schnell Wie Ja ich werde das bis abends wegtun müssen Sonst habe ich ein großes Problem Komm schon bitte Ich werde nicht gesehen Nice Oh Schnell Oh Ich ist immer so heftig Ohne scheiß Das ist nicht normal Die Kammwaffe könnte ich auch wegtun Ah ich habe aber nicht mehr so viel Platz Ich könnte versuchen mit Kann ich gucken Versuch mal was Ich glaube das müsste gehen Löffel Nice Jetzt grabe ich ein Loch Das könnte ich Oh Seht ihr das Das sieht lustig aus Voll süß Das ist kein Loch Das ist nice Ich werde aber bis abends warten müssen Übrigens Ich habe beim letzten Part Falsch gegraben Ich habe zum ersten Mal hier gegraben Also links neben dem blauen Also neben der Mauer Und dann habe ich Genau vor Also genau Auf der Höhe des blauen Und das war falsch Ich glaube wenn ich Auch nur ein bisschen Rechts daneben Oh Abendappell Schneide Dann habe ich ein Problem Ich denke ich Ich soll ich Ja ich werde Ich weiß nicht Ich werde das mitnehmen Hier wird schon keiner langlaufen Ich werde das mal hier lassen Abendappell Bitte sagt mir nicht Ich bin der der Inspiziert wird Bitte nicht Ich 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 Jeder einzelne Bitte nicht Ich bitte nicht Ich Mehr future mal Das ist nice Ich glaube wenn sie die Taschenlampen anhaben Dann sehen sie auch ob ich illegale Sachen in meinem Inventar habe Ist zwar unlogisch aber ich glaube schon Entweder durch einen Alarm oder durch Taschenlampen Weil sonst sehen sie nicht was ich in meinem Inventar habe Sonst sehen sie das nicht Okay es wird Zeit Oh 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 Es wird Zeit Es wird Zeit Oh es wird Zeit Ja ich nehme erst mal Das So pack das wieder hier hin Okay dann packe ich Bettpuppe hier hin Nice Das ist schon mal nicht schlecht Äh lass mich überlegen Lass mich überlegen Klebeband muss ich das mitnehmen Ich werde das Ich werde das dort verstecken Ich werde erst mal das Nein Man kann mal kein Loch graben Wenn man Wenn man Sachen auch dort verstecken will Aber das will ich im Moment gar nicht Äh das ist gar nicht mein Ziel Wenn wirklich gar nichts klappt Werde ich das tun Im nächsten Knast oder so Aber dieses Ziel will ich verfolgen Habe ich Habe ich Ah ich habe kein Ah Ich habe die Uniform nicht Ich kann wenigstens das Loch schon mal graben Und dann in den nächsten nachher abhauen Das würde gehen Ich werde erst mal Das nehmen Was brauche ich noch nicht Kammer Kammer für brauche ich auch nicht Okay 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 So Ah dann im Inventar Tankhunter das brauche ich auch nicht Nimm das nimm das Nimm das Nice Ich würde sagen es geht los Oh pack das weg Oh nice Er wird mich nicht sehen Niemals Hier war das glaube ich Okay lass uns loslegen Das wird lange Zeit dauern Ich hoffe uns wird nirgendwer sehen Ich frag mich Wenn ich morgens die Wand kaputt mache Ich mach Nice Okay 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 Wenn Ich könnte Verdammt Nachts sind keine Sniper dort Das heißt Soll ich versuchen Ich weiß nicht Soll ich versuchen Ich will nix kaputt machen Ich will nix kaputt machen Ich könnte Ich gehe mal hier rein Oh bitte Oh mein Gott Da ist es Da kann Da könnte ich raus Ah Das will nicht Oh mein Gott Was zum Oh mein Gott Oh Hab mich beschreckt Verrammt Oh ich wusste nicht Was ich tun soll Ich glaub Ich glaub weil ich die Uniform Nicht anhatte Und er hat mich durch das Licht gesehen Weil man da durchgucken kann Ich will nix kaputt machen Ich will nix kaputt machen Ich will nix kaputt machen Weil ich die mal anziehen Mal sehen ob ich dann erwischt werde Alles gut Bitte Ich nicht Nicht schießen Oh mein Gott Das ist alles okay Es ist alles okay Nice Man kann so viel Oh nein Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Pack das hier rein Das packt das weg Wir haben das Oh nice Wir haben die Werte Uniform High five Das war schon mal nice Das haben wir geschafft Durch eure Hilfe Okay Das ist gut Ich dachte am Anfang Das kann man nicht tun Weil mir sofort in den Kopf geschossen wurde Aber es geht Das Problem ist Das war alles umsonst Was ich gemacht habe Ich geh bis in den WoW zocken Das macht Spaß Durch WoW wird man schlauer Das kann ich euch sagen Nein glaub nicht Das ist ein Lied gewesen Ich hab richtig geile Mission gemacht jetzt Und zwar macht's auch Weil wenn duschen ist Ich liebe es klar weil zu machen Weil es so einfach ist Macht's auch weil wenn morgen Appell ist Macht's auch weil wenn Abendessen ist So nice So viele Missionen Die geld bringen Oh wenn hat wieder arbeit Nice Der jamal liegt da Oder nee das ist das Ich kann die nicht unterscheiden Die sind beide so dunkel Nice Zwei wurden kaputt geschlagen Ich überlege mir Ob ich heute nach doch noch nicht ausbrechen soll Du bist zu müde Mal sehen was die haben Äh Oh Er hat eine verdammte Spachtel Holy shit Ich würde die so gerne nehmen Ihr glaubt es gar nicht Aber ich hab so Angst Okay ich bin zu müde Was ist wenn ich die Oh mein Gott Verdammt Lass mich in Ruhe Nein der schlägt mich immer noch Dieser Bastard Ich lass mich in Ruhe Ich muss Ich muss Krawall machen Und wenn Duschzeit ist Ich muss schneller werden Ich kann nie abhauen So wirklich So ich werde Ich werde ihn schlagen Nice 25 Dollar In meine Hosentasche Nice Das darf nicht auf 99% sein Oh der hat mich vergessen Das ging schnell Oh jetzt muss ich beim Abendessen Krawall machen Ich hab alle Messer hier übrigens losgenommen Das ist für den Fans Okay ich werde ich werde Krawall machen müssen Ich werde ausschlagen Nice Das war Krawall War das ist Krawall Das war Krawall What the fuck Verdammte Scheiße Oh mein Gott Er hat eine Pfeile Das was ich brauche Oh mein Gott Ich kann es nicht glauben Er hat eine motherfucking Pfeile Holy fuck Nimm das schnell Ich will nicht erwischt werden Ich überlege mir Soll ich heute noch ausbrechen Ich meine Soll ich heute An diesem Tag hier An Tag 9 ausbrechen Soll ich lieber noch warten Ich glaube nicht Ich denke ich werde abends Ein paar Sachen machen Übrigens hat er ja nicht Klebeband Ich muss alles wieder von vorne machen Leider Hatte Klebeband Klopapier Er hat eine Kelle Er hat eine Kelle Ich nehme sie mir mit Und ich nehme Nein Äh Das Teil kommt gut auch mit Ich sollte schneller sein Weil ich hier gelaufen bin Bitte vergiss mich Bitte vergiss mich Diese Gegenstände gehören mir Ich habe sie mir ehrlich verdient Ich geklaut Keine Ahnung Oh nein Die wollen entfernt Ich kann das nicht tun Ohne meine Ohne das hier Das kann ich nicht machen Ich mag sie Oh ich glaube Entweder sie werden abgenommen Oder Oh mein Gott Das will ich gar nicht What the f- Abendappell Lass mich kurz die beiden Sachen hier wegtun Oh mein Gott Oh pack das hin Oh Es ist immer so anstrengend Ich habe immer Angst Mein Herz klopft und klopft Schlafenszeit Würde ich mal ganz stark behaupten Okay Ich weiß gar nicht War das meine Zelle Die untersucht wird Ich glaube eher weniger Ich packe das mal hier rein Das packe ich hier rein Äh Lass mich kurz überlegen Ich werde erstmal das Holz nehmen Jetzt abends kann ich immer richtig viele Sachen tun Ich habe sehr sehr lange Zeit Äh Was brauche ich Ähm Pfeil Und jetzt Warte Pfeil und Timber Also Holz Äh Holz heißt ich Timber Äh Jetzt werde ich Oh ich will es Unbedingt schaffen Okay Er merkt gar nichts Er merkt nicht Was für einen einzigartigen Plan ich habe Das will mir keiner bauen Nice Dann brauche ich Grober Duct tape Habe ich alles Äh Grober habe ich Schlagstock Äh Ich würde Soll ich es versuchen Oder soll ich lieber Ich Ah Ich weiß Ich könnte auch eine Kelle bauen Das wäre auch nicht schlecht Mit der Kelle kann ich glaube Kann ich ich glaube Graben Ich werde es Ich werde erstmal speichern Und ich werde Das morgen versuchen Das ist schlauer denke ich Ich bin immer gierig Und will sofort an dem Abend abhauen Aber ich denke Ich Ah verdammt Pack das Pack das Pack das hier rein Nice Pack das Puster hier rein Und leg dich schlafen Ah es ist gut Ich glaube schon Ich werde nochmal den Tag überstehen Mal sehen was ich finden kann Und dann werde ich es am nächsten Tag versuchen Weil ich dann mehr Sachen habe Was brauche ich Ich brauche Ducktape Ich brauche Ähm Ich glaube das ist Ähm Das Ducktape Nennt sich Da hat ein Zuverschauer In die Kommentare geschrieben Das ist kein Klebeband Das ist Äh Wie nennt man das nochmal Keine Ahnung Oh mach klar Weil wenn morgen abhauen Ist Ich sehe gerade die Mission Nice 25 Dollar Nice Alle drei verfolgen mich Holy shit Das mag ich gar nicht Wenn alle drei mich verfolgen Oh mein Gott Lass mich in Ruhe Das Geld ist meins Endlich Ich werde reich Ja ich komme ja schon Die sind so dumm Schaut euch mal diese Messer an Holy shit Ich habe so viel Messer hier liegen Ich könnte sogar Messer hier einfach in mein Zimmer legen Holy shit Das brauche ich um die Zäune kaputt zu machen Oh Ich weiß nicht ob ich gesehen werde Wenn ich ähm Ich habe ich werde nicht gesehen Wenn ich ein Loch buddel Heute Nacht versuche ich auch Oh mein Gott Das nervt mich immer Wieso laufen die überall lang Jedes Mal Wow Hat er irgendwas Ich suche nach paar Gegenständen Die vielleicht wichtig sein Könnten Was ist das hier eigentlich Crafting Ich habe keine Ahnung was es ist Ich komme hier übrigens Ich schlagen sich Ich habe keinen Schlüssel Haben die vielleicht einen Schlüssel Weil die sind ja auch irgendwie reingekommen Postraumordner Was ist das denn Aber ich noch nie Oh jetzt kann ich andere Bei der Arbeit stören Oh es geht nicht Ich habe keinen Schlüssel Fuck Was macht der Metallvorrat Oh Ich sehe es gerade Da arbeiten die andere Ich arbeite hier Das ist mein Job Was ist das Eine Kamera What the fuck wozu Achso Um mit anderen zu reden Das ist episch Könnte man dieses Glas Dazu müsste man die Kamera Und das ganze kaputt machen Voll umständlich Oh mein Gott Oh nice Zeit zum trainieren Und Bizeps aufpumpen Endlich Ich freue mich Wie sieht es meiner Schnelligkeit aus Holy Ich bin richtig schnell Mir fehlt ein bisschen Stärke Pumpe den ganzen Tag Baby Pumpe so lange Bis dein Bizeps Platz Ich werde heute Abend versuchen Auszubrechen Ich hoffe Wenn ich die Werte Uniform an habe Wäre ich nicht gesehen Weil wenn doch Dann haben wir ein Problemchen Ich will endlich den ersten Knast schaffen Das ist sehr einfach Wenn es schwer wäre Würde ich sagen Okay Meinetwegen auch 20 Parts Wenn es schwer ist Da kann ich mich rechtfertigen Aber easy Und es gibt noch so viele So viele Gefängnisse Es gibt keine Knäste Man sieht Hat er irgendwas Interessantes Nice Buch Brauche ich alles nicht Oh Oh Ich nehme es einfach Mir scheißegal Gib mir das Er hofft mich zu folgen Das ist meins Zum Glück bin ich so schnell Wie der Blitz Nein Ich habe es vergessen Oh mein Gott Lass mich in Frieden Du Bastard Ich muss das Teil schnell wegpacken Oh das wird eine lange Folge Ich sehe ich schon kommen Oh Nein Ich will Wieso jetzt schlafen What the fuck Wo ist der Sinn Diese Teile packen sie mal hier rauf Wieso zum Teufel sind die nicht hier da So jetzt Ich habe nicht mehr so viel Platz dort sehe ich gerade Nice Wir haben eine neue Pfeile Episch Wozu brauchen wir die eigentlich Wir brauchen die Wenn wir noch eine Pfeile haben Können wir Oh wir brauchen noch Ducktape Da können wir so eine Schere bauen Das wäre nice Nice Nagelflegeset Nice 19 Dollar verdient Jesus Ich bin ein reicher Motherfucker Das kann ich euch sagen Hier kann man nichts Das ist langweilig Das waren nervige Tipps Die waren richtig schlecht Okay Nein Ich habe keinen Hunger Lass mich in Ruhe Ich gehe dann nur um zu gucken Ob jemand mit heftigen Drogen dealt Ich finde vielleicht Erste Hilfe Kasten hatte sogar Nice Ja ich brauche nicht immer 10 mal zu gucken Die haben nichts anderes Oh Oder vielleicht doch Rasierklinge Ich weiß nicht wozu man das gebrauchen kann Rasierklinge Kann man sogar für ein paar Sachen gebrauchen Aber nächstes hatte ich doch Ich brauche Klebeband Ducktape Das nervt mich so Das ist abends boys Das ist abends Es wird Zeit um wieder einen neuen Plan auszutüffeln Nice Nimm das Nimm das Pack das schnell hier hin So schnell wie es nur geht Okay Mach erstmal Mach das zu Mach das zu Nice Okay Das ist schon mal nice Ähm Okay was habe ich Ich habe improvisierter Griff Ich habe leider kein Ducktape Das ist mein Problem Ich habe kein Ducktape Hätte ich das Dann hätte ich es schon viel einfacher Aber eins weiß ich Und zwar wenn ich Okay wir haben hier eine Kelle Die kann ich nehmen Die kann ich nehmen Die kann ich nehmen Äh die Mauer Nein 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 die Mauer muss hier bleiben Weil ich wissen muss wo ich grabe Ich weiß immer dass hier Hier muss ich graben Ich brauche erstmal Okay ich werde erstmal hier Äh ne erstmal Werde ich mich umbeziehen Okay bitte Ich will es schaffen Weil ich euch stolz machen will Ich will nicht immer es versagen Ich Es nervt mich einfach immer wieder zu versagen Es nervt extrem So ich Ich werde die Gabel nehmen Ich werde einfach mal Ich werde einfach mal so lange So lange machen bis es kaputt geht So mit 6 geht es schneller Man muss sich immer dahin drücken Man kann auch einfach die Zahl drücken Die Zahl die so verpixelt ist Nice Okay Äh ich glaube jetzt fehlen nur noch Messer Ich bin mir nicht genau sicher Ähm Aber ich werde jetzt Ich werde jetzt Messer nehmen So viele Messer wie es nur gibt Geht Äh ich packe die Gabel mal Packe ich sie da rein Ich weiß nicht Packe ich sie da rein Ich glaube schon dass ich sie da rein tue Äh Kissen Oh mein Gott ich weiß nicht wo ich anfangen soll Das ist für mich so viel Äh ich würde sagen Das reicht nicht Oh ich hab ich hab die Oh mein Gott seht ihr das wie anstrengend das ist Äh ich werde hier Die Mauer rein tun werde ich das Ja werde ich Damit ich das nehmen kann Die Mauer werde ich noch gebrauchen So jetzt sag mir bitte Ich kann es Ich kann so entkommen Bitte Ich stelle mich hier hin Äh mir wurde Okay da wo die Pflanzen sind Da wo die Pflanze ist Da werde ich Da werde ich geladen Damit ich mir das merke Ich erschrecke mich immer extrem Wenn ich so wichtig werde Weil das so plötzlich passiert Das haben die mit Absicht gemacht Bitte sagt mir Dass man nicht so viel Messer dafür braucht Das wäre episch Wenn man nicht so viel dafür brauchen würde Oh mein Gott Ich bin so aufgeregt Ihr glaubt es gar nicht Ich frage mich Ob die Werte auch draußen Messer zerbricht Ist nicht so schlimm Bitte sagt mir Man braucht dafür nur zwei Messer Dann könnten wir es schaffen Weil da hinten befindet sich wieder nur Nur ein Ich glaube das ist Ah ich glaube das ist so stark Wie eine Wand kann das sein Bis jetzt sieht alles so gut aus Oh mein Gott bin ich Ich bin sowas von aufgeregt Ihr glaubt es gar nicht Ich habe Angst Pack das Poster hier hin Oh mein Gott Holy shit Okay okay Alles gut Komm schon Mach weiter Mach weiter Mach weiter Ich habe keine Messer mehr Nein Bringt das was Ich weiß nicht Ich mach weiter Ich mach weiter Bitte Zerstör den Mist Zerstör die Kacke Ich könnte jetzt beenden Ich könnte jetzt Am nächsten Tag weitermachen Ich könnte es beim nächsten Tag weitermachen Ich könnte es am nächsten Tag weitermachen Aber was Okay ich mach ich mal weiter Ich mach weiter Messer zerbricht Oh mein Gott Soll ich der Pause machen Am nächsten Tag weitermachen Ich weiß nicht Oh mein Gott Ich weiß nicht was ich tun soll Das ist so intensiv Okay Ich lasse mich kurz Pause machen Ich muss überlegen Ähm Grober Ductape Habe ich nicht Ich habe alles Du Ductape nicht Pfeil Wie viele Pfeils habe ich Ein Ein Ich habe gar keine Verdammt Okay lass mich überlegen Habe ich doch Wird Ich glaube gleich wird es Tag Ich bin es ist 3 Uhr morgens Okay Ich habe noch ein bisschen Zeit Ich habe noch so viele Messer Ich könnte es schaffen Ich kann es schaffen Ich bin mir sowas von sicher Dass ich das schaffen kann Ich packe die Kelle hier weg Die brauche ich nicht Ich kann es Oh Ich kann es wirklich Oh oh Okay Ich kann es wirklich schaffen Ich packe das hier rein Okay Okay Lass uns einfach Oh 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 mein Gott Ich weiß nicht was hier vor sich geht gerade Die sehen mich doch wie zu tun Gott ist es Das ist nicht normal Ihr wisst gar nicht wie heftig das ist Oh Ich sehe es gerade 88 Wenn mich noch einer Ich werde Oh mein Gott Dieses Spiel ist so viel für mich Ich bin Oh mein Gott Ich bin sowas von am Arsch Das ist so ein nice Versuch Da jetzt abzuhauen Aber Das scheiß Ding will nicht kaputt gehen Ich habe kein Schlüssel leider Nein ich bin zu müde What the fuck Wieso bin ich zu müde Das sieht man Was soll ich tun Oh mein Gott Ich weiß es nicht Das wäre so dumm Aber kann ich vielleicht die Mauer dort platzieren Das muss gehen Ich muss es versuchen Was anderes kann ich nicht tun Bitte 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 Das wäre auch dumm Wenn das gehen würde What the fuck Nein Ich bin zu müde Meine Müdigkeit sinkt Aber das dauert Ewigkeiten Kann ich ein Poster dahin tun Das wäre auch dumm Was soll ich tun Die Müdigkeit Kann ich vielleicht Habe ich ein Schokoriegel oder so Wisst ihr was Ich werde erstmal das Poster hier tun Oh das ist so intensiv Ihr glaubt es gar nicht Ich habe nichts was ich essen kann Gar nichts Und das werden die sehen Morgen früh spätestens Ich weiß nicht was ich tun soll Die werden das morgen früh sehen Ich werde Ich bin so angepisst Ich bin einfach ich Ich weiß nicht alter Ich Ich könnte warten Ich will es immer so auf die Schnelle schaffen Jedes Mal Ich muss Ich muss mehr craften Das ist das Ding Ich muss viel mehr craften Hätte ich Was brauche ich denn Ich muss einfach mehr Tage haben Mehr Tage Zeit haben Ich muss mehr Tage Zeit haben Dann hätte ich es geschafft Ich hätte es geschafft Okay Ich denke Okay Oh mein Gott Ja das war weil ich 100% Alarmierung hatte Deswegen wurde ich dann erwischt Die haben das ja auch gesehen Die sind ja nicht dumm Obwohl eigentlich schon Doch sehr dumm Okay Ich werde Ja alle Meine Meine Sachen sind noch da Was Ich lade trotzdem neu Das macht keinen Sinn Ich werde neu laden Soll ich neu laden Ich weiß Soll ich neu laden Ich gucke erst mal kurz Nein Ich speichere erst mal nicht Ich gucke ob meine Sachen noch drin sind Geht aus Mal sehen Okay Na Okay Alle illegalen Sachen sind weg Zeit zum neu laden Gewiss Nun ich werde das Video Vor heute erst mir stehen lassen Es tut mir leid Eine neue Enttäuschung Ich hoffe Ihr seid mir nicht allzu böse Dass ich so lange für den ersten Knast brauche Ich denke es ist noch ganz okay Ich habe jetzt noch was dazu gelernt Und zwar ist Geduld Das aller aller wichtigste Ich brauche nicht alles zu zeigen Was im Spiel vorgeht Weil manche Sachen Sich einfach immer wieder Wiederholen Aber beim nächsten Mal Werde ich auf jeden Fall Auf jeden Fall Das wollte ich in diesem Part schon Aber ich war wieder ungeduldig Und ich darf Nicht ungeduldig werden Weil das Problem ist Ich brauche eine Pickaxe Alles geht viel schneller Und ich brauche eine Schere Weil ich wusste nicht Ich habe nicht darauf geachtet Es gibt so viel Worauf man achten muss Und das Problem hat man nicht Wenn man sich Sachen craftet Die Sachen schnell zu stören Man kann sich sogar eine bessere Schere bauen Ich meine Ich zeige euch kurz mal was Schaut euch mal meine In der Art Die ist wieder gesunken leider Aber ich habe so lange gelernt Meine Intelligenz war fast auf 100 Und ich dachte ich hätte alles Aber es war nicht der Fall Aber ich werde das Video vorher Das mal hier stehen lassen Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es dir gefallen hat Dann zeig wie Badass Du bist so ein Like in dieses Video Schau auf dem Kanal Vorbei mehr Videos Die ich produziert habe Und abonniere jetzt Um unsere Nation bei Ich werde dich Im nächsten Video wiedersehen Und dann sage ich Wie immer noch 3, 2, 1 Schock Was geht Leute Mein Name ist Lotte Danny Grüß dich Willkommen back Zu einer neuen Folge Von Skatefly Sag alle Hallo Ich bin Rekor Er macht schon den Vogel Heute ist er extrem motiviert